hallo und herzlich willkommen zu einer runde dc universe online so nehmen wir mal stefan reddock erstellen nein wir wollen spielen genau so ich würde sagen dann suchen wir gleich mal die erste instanz raus das war auch muss es nicht vollständig jo auf y da waren die instanzen events mein status muss man noch einen von karotten auswählen ach zieh eine an gesperrt batman joker das sind alle fuckgirl alle superhelden sexbommer und 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 da ist das Dr. Fate in der zukunft und mann Bob auch schon mit den Wobbeln so die Kürtel zu sagen wird und untersucht weiter Daulaa Oh ich hab da Post So, wo haben wir jetzt den? So, wo haben wir jetzt einen? Hmm Wo ist der Briefkastenhilfe? So, jetzt gehts los mit den Space-Clace-Robin Wetten wir in der Zukunft, sag mir was. Och ne, da ist PVP. Ja. Das ist aber für den Batman, ja. Ja. Ich bin ja mal gespannt wie lange diese Runde jetzt geht. Das geht nicht, dass es so lange wie gestern geht, die eine. Also ich fand schon die Instanz gestern ziemlich cool, aber die ging ganz schön an. Ich bin ja gefangen. 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 Jaaa Okay, okay, okay. Yeah! Pass auf die Ausrüstung auf. Hm. Verspäts und lass diese Leute in Ruhe! Und ihr seid die Bösen! Was ist das, verbrechen sich nicht zu uns? Ja! 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 So, dann geht's jetzt hier lang. Und ihr seid die Bösen! Ich werde aber hochspringen da oben, guck mal. Nee, dauert aber nicht lang. Hm. Also ich muss in Sicherungsraum. Schaden erlitten. So, der Schlag macht Schaden. Der geht ja mal richtig ab. So, so, so. Ich warne, ich komm mir nicht in die Quere. Ja. Ich warne, ich komm mir nicht in die Quere. Keinen Schritt weiter. Ja. Hey, ich hab mich vergessen. Na gut. Ich werde hier mal schrauben, was ich noch machen kann hier ganz alleine. Ich werde hier mal schrauben. Ich werde hier mal schrauben. Ich werde hier mal schrauben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Greife Feind an. Geringer Schaden. Leistung eingeschränkt. Geringer Schaden. Geringer Schaden. Geringer Schaden. Oh, wow. Hm, ich jetzt so. wir brauchen auf jeden fall noch den vierten spieler wir kommen gleich erst mal hin Das war's für heute. Kann man nicht irgendwie hier einen neuen Mitspieler dazuholen, oder zwei? Der eine ist ja weg, der Queen Lambton. Das war's für heute. 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 Ja! Das war's für heute. 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 Nichts mehr. F1. Oder wechseln. PvP umschalten. Oh, die ganzen Kombos. Ja. Schauen wir mal was die ganzen F-Tasten zu sagen haben, also auf F1 kann man weitere Spieler finden. Boah. Ich denke mal, ich gehe jetzt hier aus der Gruppe raus, ob ich das irgendwie hinkriegen sollte. Ich habe gerade ein Foto gemacht. Oh. 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 Jetzt muss ich mal kurz bei Options Einstellung gehen. Ich habe jetzt gerade vollkommen meine Grafikenstellung geändert. Mit der F11-Taste. Jetzt bin ich auch allein hier. Eindrücke ich jetzt mal auf E und hab die Instanz verlassen Na gut Das war's denn für heute Ich hoffe euch hat die Runde gefallen Und ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder ein seid Tut mir leid dass die Instanz da nicht zu Ende gespielt wurde Aber naja Wenn die anderen Spieler allein abbauen dann kann man auch nicht mehr viel machen Also wünsche euch bis dahin viel Spaß Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal Tschü tschü